Komm, komm! Zuerst müssen wir den Hund hinstellen, damit der Richter ihn gut anschauen kann. Dann laufst du eine Runde um den Richter. Im Trab. Ja, fein! Super, fein! Ja! Dann stellst du den Hund nochmals vor den Richter hin. Fein, super, steh! Ja, super, steh! Einmal weglaufen vom Richter und wieder hin. Komm, komm! Fuss! Und steh! Und wieder hinzustellen. Und dann kann der Richter nochmals den Hund bewerten. Fein! Ja! Ja!